Karotten, ey. Kann die da lang loxen. Und die füge ich jetzt aber in den Trashcan rein, fertig. Warum nicht? Oder hat der einen Filter? So, habe ich denn davon alles? Ein Slime-Boy fehlt noch. Der hat jetzt natürlich keinen Filter. Aber... Und vor allem habe ich genug Slime-Boys, weil unten sind so viele immer gespawnt, das ist heftig. Bist du zu heftig. Im Curvy-Loch hatten wir es damals auch. Ähm, Summer-Wunde. Das, das, das. Okay. Also... Ein Slime-Ball. Würde ich nicht raufwerfen, nur so. Bäume an Sand. Eine Melone. Eine Air-Wunde. Und eine Air-Wunde. Also, Chester-Donten. Ah, ne, geht gar nicht. Da hauen wir dann noch einen Living-Bock drauf. Und... Hier werden die ganze Scheiße. Und machen wir uns ein Summer-Wunde drauf. Oh, ist das teuer, ne? Ah, Cobblestone hat eine Sonderstände. Eine Fire-Wunde habe ich. Dann brauche ich noch zwei Mana-Kristalle. Davon haben, wo ich gar keine mehr habe. Doch. Ich bin nicht immer alle mitnehmen. Eins, zwei. Eine Fire-Wunde. So. Dann mal. Ja. Zuck. Gurt auf Toiletschen, Annetschen. Ja. Zack. Das war das doch, ne? Ähm... Jo. Mal, rauch damit. Gibieren. die sind ganz schön schnell von brauchen wir nicht so viel so das wird schon mal einiges anders hier autum eine airwunder brauchen wir noch autum hier brauchen wir blattwerk firewunder die wir noch haben okay haben wir jetzt schon soweit und zwei arbeiten nur noch blattwerk haben wir aber glaube ich nix hier liegt gleich irgendwas so die haben wir noch die eine airwunder schon wieder zuviel zack eine feierwunder daraus kann ich auch eine schere bauen das ist das schöne eine blaue schere jetzt haben wir noch ein paar blätter reicht hat reicht 1 2 3 eine davon eine davon und eine davon war doch so ne die autum hin zu bringen und ein spider war ja auch nur wach falsch fack kip her kip 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 kommt darauf jana naja ich werde voll vergessen euron und airwunder auch richtig die andere war da falsch doch falsch dann noch ein spider eye und wir gerade aber drei stück haben auch damit das dann auch wir mehr das wieder das haben wir dann auch gleich fertig ok vor allem da kommt auch nur eine rohne raus das ist so teuer manchmal so jetzt brauchen wir ein redstone ward davon davon zwei schwarz zwei light grow zwei light blue eine gelbe und eine grüne zentus ist ein stinker und der hört es einfach nicht ja der zentus ist ein stinker na zentus warst du lieb? nö ok ich hab mir schon fast gedacht klar war ich lieb ich konzentriere mich auch grad oh mein gott das ist bestimmt eine lüge light grow braucht nur zwei stück light blue braucht nur eins zert so das kann er löschen schwarzen haben wir grad nicht glaub ich ok gelb und grün ok zwei schwarze oh ich muss jetzt mal energy holen ja gelbe ich hab leider keine energy mehr ne ich bau das jetzt fände ich ein oh ja ich saß schon so ne wenn ich das jetzt noch 10 minuten gemacht hätte ich glaub bei dem kisten ding ja eingeschlafen ok 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 können wir erstmal so lassen und so ein redwood hab ich noch ein redwood? yo und davon noch eins was kam jetzt eigentlich in das gefäß ein ne? ach shit ja da hab ich noch grad kein wasser drin ne man halt da war wenig dabei bei dem wasserstoff anscheinend checkt er das mit den schwertern noch gut achja wir haben die pigments momentan hier an mal gucken was er macht wenn er das zack einer mit einer mit eine eine grüne ne muss eigentlich klappen hier mit dem schwert anstellen eine eine schwarzen blau einmal rot einmal die leite kann ich mich schon mal hier ein bisschen um die äh äh endersachen kümmern muss schon mal eine stromversorgung haben das brauchen wir so und das brauchen wir so dann schwarze drauf die graue drauf und bei diesem komischen ultimate ding haben wir da geguckt ob das ding äh redstone braucht oder hat das direkt strom abgegeben ich hab grad keine ahnung boah das ultimate das gibt doch direkt strom das weiß ich nicht das ist das problem hier muss ich steel ingles haben von und dann vergesse ich die letzten zwei sachen reinzuschmeißen ist klar ok ok und steel ach hier musst du erstmal ein blast fönnis machen ach du arzt es nicht schon wieder vergessen ok blast ach das sind graue keine schwarzen bin ich blöd halts maul slime was halts maul du hast gesagt dass du blib bist weiß treiben ok der blast fönnis muss vier groß sein das heißt wir brauchen vier stücke das brauchen wir noch das kann auch immer mal wieder mir passieren auf jeden Fall die kiefer mann nether dunkelgrau und hellgrau ist das oder das sind infernal ricks grau und lightcore lightcore hatte ich das habe ich das habe ich das brauchen wir das brauchen wir den sowl send oder hat das da 1 2 3 4 das rein das rein das rein das 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 da braten wir braten wir braten wir ja wir braten dann dann rein das ist ein kleiner 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 pille mann ja du bist ein kleiner pille mann ja du bist ein kleiner pille mann du hast wieder verstanden ne naja du mir auch ich höre auch zu im Gegensatz zu dir er hört mir sogar zu im Gegensatz zu dir höre ich auch zu ich höre auch immer zu naja Arschgörig hat denn ihn noch irgendwas veranstaltet anscheinend nicht ne wieso nicht wirklich eigentlich oh so ich lass den Deckel einfach ab gleich schütte ich das ganze Ding hier rum die ganze Zeit 1,5 Liter Koffein hier naja er hat nichts mehr dran geändert ich muss auch gucken dass ich auch mal später hier Fenster rein ziehe jetzt ist immer alles so so einheitlich fuck was mach ich denn da weiß ich nicht haben wir noch haben wir souls ei 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 ich geh mal kaum souls ei 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 das ist gar nicht gut ei 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 der Flash ist so behindert da brauche ich doch hin guck mal ich muss immer wieder Chests aufstellen mir nervt dass sie überall noch Kisten hier stehen und ich schwelle einfach wieder wieder hier auf ich muss hier entweder irgendwas wegwerfen wo es alle zur Seite schon sehen und den Rest rausholen kann so den Hammer nehme ich aber dann noch mit Hammer ja den Gleit ist gleich die muss da rein die muss da rein das 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 das kann ich mein Jetpack immer aufladen das zack up aber er ist schon fast gewesen ja das muss rein das muss rein das muss rein das muss rein und das muss rein und das muss rein dann habe ich vergessen die eine Runde noch umzuwandeln ach so jetzt wollte ich schauen eben noch passiert das muss rein die Leute die das gesehen haben haben sich bestimmt mit der Hand in den Kopf gehauen das habe ich vergessen ab die Runde ran die Runde rein die Runde rein die laufen noch wie tief die sind zwei Mana Kristalle zack zack den rein zack ups hoffen dass die die schon genug sind ähm wir aktivieren so es ist